Video-Personalisierung. Ist das nur ein Hype oder was steckt dahinter? Wovon sprechen wir eigentlich im Detail? Video-Personalisierung bedeutet, dass ein Film mittels einer Anbindung an ein CRM-System, zum Beispiel an eine Datenbank oder auch an eine Excel-Liste automatisiert, individualisiert, also personalisiert wird. Zum Beispiel, indem mal ganz einfach gesagt der Name im Video ausgetauscht wird und dann heißt es plötzlich, hey Andi, ich habe hier einen coolen Film für dich, schau ihn dir an. Es gibt aber auch hier verschiedene Unterschiede. Zum einen eben können Texte im Film ausgetauscht werden, zum anderen aber auch können ganze Bausteine im Film verändert werden. Zum Beispiel, wenn ich in meiner Datenbank drinstehen habe, der Andi, der liebt Horrorfilme oder der liebt Comedy oder der liebt Actionfilme, kann ich abhängig von dieser Information das dem Video-Rendering-System übermitteln und das Video komplett inhaltlich umstellen. Gleichzeitig ist es auch so, mittels der ganzen KI und den ganzen AI-Trends ist es so, dass immer mehr verändert werden kann. Also Text-to-Speech zum Beispiel, dass automatisch ein Text erstellt wird, ist etwas, was mehr und mehr in personalisierten Videos Einzug findet und vor allem auch Einzug finden wird. Also zum Beispiel, dass ich sage, der Andi hat heute um 14 Uhr bei schönem Wetter dieses Video angeklickt und jetzt erstelle ich ihm das personalisierte Video und abhängig davon zieht diese Information der Chatbot und erstellt einen Text, der passend zur Uhrzeit, zum Tag ist und mir etwas zurückspielt, was für mich eine sehr, sehr hohe Relevanz hat. Videopersonalisierung ist also etwas, das ich gerade erwähnt, dass die Relevanz erhöht, die Watch-Through-Rate, also wie lange die Zielgruppe das Video anschaut, deutlich steigert und vor allem im Vergleich zu einer One-to-Many, einer One-to-One-Communication im Bereich Video ist. Des Weiteren gibt es zwei Arten von Videopersonalisierung, die ich nochmal besprechen möchte. Das eine ist, dass Videos wirklich live personalisiert werden, also durch einen Trigger. Das kann bedeuten, dass ich zum Beispiel ein Formular ausfülle, zack, bekomme ich ein personalisiertes Video zurück oder zum Beispiel, es wird ein Trigger erstellt, ich bewerbe mich irgendwo und einen Tag später oder ähnliches bekomme ich ein personalisiertes Video oder eine gesamte Journey in personalisierter Form. Das ist die eine Art der Personalisierung. Die andere ist zum Beispiel, und das nenne ich persönlich eher Video Automation, das bedeutet, dass man anhand einer Datenbank viele Videos automatisiert, personalisiert erstellt, aber das nicht On-Demand macht, sondern im Vorhinein. Ich gehe zum Beispiel her und sage, ich möchte eine Kampagne ausspielen in allen Großstädten in Deutschland mit über 5000 Einwohnern und habe dann eine Liste an mehreren tausend Datensätzen und anhand von diesen erstelle ich dann, sage ich mal als Beispiel jetzt 50.000 Videos, die alle eben personalisiert sind auf die Stadt, auf die Region und dann in eine weitere Kampagne fließen. Beides basiert auf einer ähnlichen Technik, wie zum Beispiel bei uns auf dem Videogenerierungssystem, das einfach mit API, also einer Schnittstelle, angebunden werden kann und dann diese ganzen Videos vollautomatisiert erstellt. Ich persönlich bin der Meinung, dass Videopersonalisierung auch ganz klar die Zukunft des Internets ist. Unser Netz wird voller mit Medien. Denk an TikTok, YouTube, Facebook und Co. Überall sind Videos der wichtigste Content. Millionen von Menschen laden jeden Tag Videos hoch. Und es wird immer schwieriger, vor allem auch in der Unternehmenskommunikation, klarzustellen, dass der Inhalt, den ich gerade dir bereitstelle, lieber User, dass der für dich relevant ist. Also Relevanz wird immer wichtiger. Und gleichzeitig ist es auch so für uns als Nutzer. Ich meine, wir haben doch viel mehr Lust auf eine Website zu gehen, wo es heißt, hey Andi, schön, dass du da bist. Ich habe für dich das zusammengestellt, was für dich wirklich wichtig ist. Ich schaue es mir an, bin nach 60 Sekunden begeistert. Dann heißt es, klicke rechts, wenn du mehr willst, klicke links, wenn du, keine Ahnung, Informationen über das Socken willst. Drücke ich drauf, zack, werden mir alle Socken gezeigt, die die Größe meiner Füße haben zum Beispiel. Also es gibt viele Dinge, die mittels Videopersonalisierung in Zukunft möglich sein werden. Und daher bin ich überzeugt davon, dass es ein ganz, ganz spannender Trend ist, den man sich unbedingt heute schon anschließen sollte. Deshalb auch von mir drei Tipps im Bereich Videopersonalisierung und wie du dich darauf vorbereiten solltest. Erstens, fang klein an. Videopersonalisierung kann eben extrem einfach sein, indem ich nur eine Information nehme, wie zum Beispiel den Vornamen und diesen automatisiert oder Vor- und Nachname und diesen automatisiert in ein Video hineinpacken. Zum Beispiel über die Bewerberjourney, indem ich sage, Hey Bernhard, schön, dass du dich beworben hast. Wir melden uns in acht Tagen bei dir. Bei uns läuft es so und so ab. Wir schicken dir ganz liebe Grüße und bis bald. Mit dieser Art von Personalisierung sammelst du erste Erfahrungen, lernst den Prozess bei dir im Unternehmen kennen und wirst feststellen, das User-Feedback ist gigantisch. Und du lernst, für dich diesen Prozess zu denken und ihn auf deine weiteren Geschäftsprozesse, vor allem im Sales, zu etablieren und spannende Lösungen dann zu entwickeln. Zweitens, rollen Personalisierung wirklich auch auf alle im Unternehmen aus. Also wenn wir mal zum Beispiel vom Sales ausgehen, versuch nicht ein in sich geschlossenes System zu bauen, das nur in einem Sales-Prozess funktioniert, sondern wenn du zum Beispiel mehrere Standorte hast, mehrere Mitarbeitende, die auch Sales betreiben, versuch wirklich jedem die Möglichkeit zu geben, personalisierte Videos zu erstellen. Dadurch hast du erstens große Synergie-Effekte. Das gesamte Team lernt das Themenfeld Video-Personalisierung kennen. Verschiedene Kundinnen feedbacken dir diesen Use-Case und du wirst sehen, die Ideen sprudeln und wachsen. Und vor allem der Grund, warum man ja Video-Personalisierung macht, ist, weil man gewisse Prozesse automatisieren möchte. Also man möchte ein gewisses, nennen wir es mal Sales-Vorgespräch, automatisiert, personalisiert anbieten. Also so, dass es so ist, dass der Kunde sagt, geil, ich fühle mich schon perfekt abgeholt und gut informiert. Oder auch im HR, wie ich es vorher schon gesagt habe, ich bekomme ein Video, denke mir, hey, die sind voll nett, die haben mir gesagt, wie das abläuft, jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Also man automatisiert eigentlich einen Prozess. Und deswegen ist auch die Empfehlung, das wirklich über mehrere Bereiche im Unternehmen zu tun, so dass viele Mitarbeitende und auch eben Kunden und Partner und Bewerber ein Feedback geben können, und so dass sich das Thema gut entwickelt in deinem Unternehmen und viele die Chance hatten, darauf Einblick zu nehmen. Der wichtigste und dritte Tipp ist das Thema Daten. Ich meine, die Datenbasis, beziehungsweise eine solide Datenbasis ist doch das Gold der Unternehmen, wenn wir ehrlich sind. Die letzten 10, 15 Jahre, denke ich, gab es da noch ganz, ganz viele Probleme in vielen Unternehmen und sehr wenige haben wirklich einen supergeilen, einheitlichen Datenstamm. Aber es ist die Zukunft. Ob das im Einzelhandel so ist oder ob das in Großunternehmen so ist, Daten sind einfach extrem wichtig. Und es macht keinen Sinn, wenn du sagst, ah, Videopersonalisierung, wir haben ja nicht mal die Daten dafür, wir haben kein CRM oder so. Hab keine Angst davor, du musst anfangen. Und vor allem auch, du musst dich für die Zukunft aufstellen. Ich persönlich sehe auch Videopersonalisierung als total spannend, nur mal allein für die Modebranche. Ich gehe irgendwo einkaufen und danach heißt es irgendwie, hey, Andi, du bist ja Kunde bei uns, du kaufst am liebsten Adidas-Klamotten ein. Jetzt haben wir einen spannenden Wintersale, da gibt es die drei Sachen und übrigens von den anderen 14 Marken in dem Bereich haben wir auch noch was Tolles für dich, komm jetzt vorbei. Also so eine Personalisierung, abhängig von meinem Einkaufsverhalten, ist einfach ganz klar die Zukunft. Und nur wenn man heute anfängt, für sich diese Prozesse aufzubauen, die Daten zu sammeln und zu schauen, okay, was funktioniert bei meinen Kundinnen, nur dann wird man in diesem Bereich erfolgreich sein. Deswegen schau dir deinen Datenstamm an, überleg dir, was du über deine Kunden und Kundinnen weißt und wie du dich da in Zukunft aufstellen kannst. Und fang klein an und erarbeite dir dann eine optimale Datenbasis für deine perfekte User Journey. Wenn du schon erste Erfahrungen mit Videopersonalisierung gemacht hast oder auch einfach gerne mal eine Beratung dazu haben willst und mehr zu unserem System erfahren willst, dann melde dich einfach gerne bei mir oder schreibe uns zum Beispiel auf YouTube einen Kommentar unter das Video. Ganz liebe Grüße und bis bald.